Chef Alfredo hat schon wieder die Suppentöpfe vertauscht. Jetzt musst du ihm helfen. Merke dir, welche Suppe in welchem Topf kocht. Und los geht's! Die Tomatensuppe war doch bestimmt hier drin. Oder? Wenn du es nicht mehr weißt, lass dir nichts anmerken. Glaubt dir dein Mitspieler, bekommst du nämlich ein Kochplättchen, auch wenn es der falsche Topf war. Glaubt er dir nicht, wird der Topf aufgemacht und nachgeschaut. Ist die Tomate in der Möhrensuppe gelandet, bekommt jetzt dein Mitspieler ein Kochplättchen. Richtig knifflig wird es, wenn Chef Alfredo gewürfelt wird. Denn jetzt werden zwei Kochtöpfe miteinander vertauscht. Weißt du jetzt immer noch, wo die Knoblauchsuppe kocht? Wer die meisten Kochplättchen sammeln konnte, gewinnt. Chef Alfredo. Chef Alfredo. Ein köstliches Merkspiel von Queen Games. Und jetzt sind wir dann die 3-Jährigen mit 2. Der Einstieg ist eine Änderung. Und diese Verküßt ist nicht so, Untertitelung des ZDF, 2020